Hallo, ich bin der Manuel. Ich habe die Lehre als Informationstechnologie Informatik gemacht und bin jetzt übernommen worden und arbeite als Java-Software-Entwickler. Als Lehrling habe ich für eine Software gearbeitet namens Cross2. Dort habe ich angefangen im Subrat, um die Kunden zu unterstützen, wie sie mit der Software genau umgehen. Danach habe ich in der Entwicklung gearbeitet und habe die Software weiterentwickelt. Der Grund, warum ich da drin bin, ist, weil das Team einfach super gepasst hat. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Aufgaben mit wahnsinnig vielen neuen Technologien. Wir arbeiten mit den Kundenvorjährigen zusammen, was super ist und die Weiterbildungsmöglichkeiten sind einfach der Hammer. Weil ich sehr selbstständig arbeiten kann.